Hallo und herzlich willkommen bei Blankfitmovies. Wenn ihr euch jetzt denkt, Auftrag Video, warum labert Blankster der Vogel? Ich möchte nur kurz am Anfang sagen, eigentlich ist hier Auftrag Stopp, also wundert euch nicht, dass jetzt trotzdem Auftrag folgt. Das liegt daran, dass dieser Auftrag Stopp ja erst ab Auftrag 5 gilt und ich den Auftrag 5 jetzt schon des längeren bearbeite und erst jetzt hochlade. Also der Auftrag Stopp gilt immer noch. Wenn es wieder neue Aufträge von mir bearbeitet werden, dann sage ich vorher Bescheid. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Auftrag 5. Haut rein! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.